herzlich willkommen zu diesem neuen video heute habe ich mal wieder eine coole bahn für euch gebaut wie ihr auch erkennen könnt mit gravitex pro und mit gravitex power da die bahn ziemlich kompakt ist und links auch so schöne schleifen hat hat habe ich sie schaltkreis getauft und dann würde ich sagen legen wir los ja Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat es wie immer gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Lasst doch gerne auch ein Like da und dann würde ich es schon wieder sagen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.